Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal, Crysis Core Final Fantasy VII Reunion. Ich habe ja kürzlich in der Community gefragt, welches neue Projekt ihr gerne sehen wollt und da lag dieses Spiel mit Abstand vorne und ich würde sagen, wir beginnen mit dem ganzen Spiel. Ich habe jetzt erstmal die Hintergrundmusik ausgestellt. Ich habe auch, muss ich ehrlicherweise sagen, ihr werdet es ja sowieso dann sehen, mithilfe Schieds erstmal das Ganze ein bisschen entspannt, weil ich das Spiel erstmal schaffen möchte. Es bringt ja nichts, wenn ich irgendwo wochenlang hänge und wir kommen mit dem Spiel nicht weiter, ihr seht es nicht weiter, dann habt ihr auch irgendwann keine Lust mehr. Deswegen habe ich das Ganze jetzt erstmal so gemacht, um das erstmal durchzubekommen beziehungsweise auch weiterzukommen, damit ihr das Spiel auch seht und erfahrt, was alles so zu sehen gibt und ich, weil ich das Spiel auch präsentieren kann und da nicht eben wochenlang hänge, weil ich einfach nicht weiterkomme. Also das betrifft jetzt nur, dass ich halt keinen Schaden nehme. Alles andere ist frei, so wie es im Spiel auch ist, mit Rätseln und so weiter. Das ist hier so mein Stil erstmal, um euch zu zeigen, dass das Wiederspiel ist, dass ich auch weiterkomme und so weiter. Ja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal, schauen mal, wie uns das Spiel hier so, was das für ein Spiel ist. Ja, Englisch natürlich, damit wir auch ein bisschen was verstehen, es ist natürlich mit Untertitel behaftet, sodass wir dann auch lesen können, was und wir verstehen, was da gesprochen wird. Wir machen erstmal normal, schwierig kann man dann hinterher. Standard, ja, Bildschirmhelligkeit 5, ich denke, das reicht. Ja, da würde ich sagen, können wir das Spiel soweit beginnen. So, äh, 10 überspringen, das ist zum Spiel. Ich hoffe nicht, dass ich jetzt die ganze Musik ausgestellt habe, das wäre jetzt blöd. Äh, aber das kann ja normalerweise nicht sein, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier ja kein Ton ist. Ähm, machen wir das erstmal so. Ich weiß auch nicht, wie das ist mit den Musik, ob das dann nachher auf YouTube erlaubt ist. Zack speaking. Making progress, Zack. Englisch, was ist passiert? Warum sind wir die Shinra-Troops? Sie sind Wutai-Troops in disguise. Jetzt, geht zu der openen Bereich above. Du meinst nach Sektor 8? Ja. Aber erst, du musst du einen Weg machen. Er ist ein Weg? Du wirst sehen, was ich meine. Be careful. Warte, da kommen ja schon die ersten. Wer schafft, die willst du besiegen haben? Within reason. Ja klar, auf dir wird geschossen, wenn nichts passiert. Das wollen wir machen. Äh, bewegen, Kamera bewegen, Aktion, X ist Angriff. Ja gut, äh, blocken, RB, A ausweichen, alles klar. So, die haben wir erstmal erledigt. Materia, mit denen du aktuell ausgerüstet bist, kannst du benutzen, indem du LB gedrückt hältst und die Taste für die gewünschte Materia drückst. Der Einsatz von Magie verbraucht MP, der Einsatz von Fertigkeiten verbraucht FB. LB und X in Materia in Slot 1 benutzen, LB und Y in 2 und LB und B in Slot 3, alles klar. Ah, das ist ja clever. Sehr schön, das funktioniert auf jeden Fall. Komm und hol's euch, du hast deinen ersten Kampf gewonnen und du hast deinen ersten Kampf gewonnen. Sehr schön. Sehr schön. Piece of cake. I'll make first in no time. Go up the stairs at the end of the platform. You got it. So, wir werden aber gleich die Musik wieder einstellen, weil das ist doch ein bisschen dämlich ohne Musik. Ich hoffe, das lässt sich jetzt noch machen. Wer ist das denn? Alles klar. Die Walzen, die sich während eines Kampfes oben links auf dem Bildschirm drehen, stellen die sogenannten DBW-Digitale Bewusstseinswellen dar. Wenn Bilder oder Zahlen der DBW-Matrix übereinstimmen, gewetten sie dir verschiedene Effekte. Das automatische Drehen und Anhalten der Walzen verbraucht SP im Verlauf des Spiels sammelt es schon mehr Bilder. Wenn Bilder übereinstimmen, wird ein Limitrausch ausgelöst und eine Limitrausch-Technik wird deinem Repertoire hinzugefügt. Wenn Zahlen übereinstimmen, treten abhängig von den Zahlen bestimmte Verbesserungseffekte ein. Wenn Zahlen während eines Limitpulses der Walzenbälle übereinstimmen, steigen, zack, und oder die Materie mit der R ausgerüstet ist, eine Stufe auf. Alles klar. Drücke A, um gegnerischen Angriffen auszuweichen und RB, um sie zu blocken. Bewegst du während des Ausweichens den Stick, kannst du die Richtung ändern, in die du ausweichst. Stimmt Zahlen über ein? Ja, 777, unverwundbar. 666, ja, okay, ihr könnt es ja selber lesen. Wir haben auf jeden Fall 7. Wenn sich die Weizenbilder im Limitpul-Zustand befinden und Zahlen zwischen 1 und 6 übereinstimmen, steigen, die im entsprechenden Slot eingesetzte Materie eine Stufe auf. Okay. Okay. und dann, Das war's. Durchgibt Kampf B um Heiltränkungen oder andere Gegenstände zu benutzen. Stimmen alle Walzenbilder überein? Wird ein Limmelrausch ausgelöst? Das kennen wir doch schon. Das haben wir doch schon. Ah, sehr schön. Oh! Sehr schön, den haben wir erledigt. Showing your back to the enemy. Overconfidence will destroy you. W-What is this? Dammit, you're not the only hero. It's over. Impossible. Hm. Uh. Oh. Ah. Uh. Ah. Danke, Angeal. So, das haben wir. Aber ich stelle die Musik jetzt wieder rein. Ich hoffe, das geht irgendwie noch. Spiele es weiter? Ja. Weil das ist doch scheiße Musik. Das ist doch scheiße. All das ... Training ... ... und keine ... Assignments. Like, sie sind ... Hängen mich auf dem Drei. Du musst ziemlich beschäftigen. Mit jeder auf der Basis. Auf der Basis? Wait, hast du gehört? Es gab eine Mass-Desertion bei Soldier. Huh? Einer der ersten hat Drei. Es gab ein paar Sekunden und Drei mit ihm. Alles aus Wutai. Motiv? Ziel? Alles ein Mysterium jetzt. Das Mass-Soldier ... Drei-Sertion? Das ist warum deine Training ist aufgrund. Woah. Ein Erst. Zack, du bist. Ja, endlich. Zeit für eine reale Aktion. Ja. Es wird dein Show sein. Ja! Report auf Direktor Lazard. Es wird ein Briefing geben. Alles klar. Es scheint dann jetzt endlich los zu gehen. Verspringen wir das mal. Ja, ich möchte jetzt gerne ... Im Laufe deines Abenteuers erhältst du von verschiedenen Charakteren Mails. Im Hauptmenü kannst du unter Mails deinen Posteingang aufrufen. Wenn du ungelesen Nachrichten hast gelangst, blablabla blablabla blabla 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 blab Ich glaube die ganzen Tutorials, das ist ja eigentlich im Prinzip immer genau so wie in jedem Final Fantasy Spiel, also ich glaube da erinnert sich jetzt nicht besonders viel. Wir können sie uns hier aber trotzdem eben anschauen. So, einkaufen. Ich glaube das macht jetzt nicht so viel Sinn, kaufen wir uns mal ein bisschen was. So, wir wissen ja nie ob man es braucht, drei Heimmittel. Das ist so not true. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir mal zu unserem ersten Mal Mission. Oben auf dem Bildschirm zeigt ein Kompass die Richtung deines aktuellen Ziels an. Nutze ihn regelmäßig um Zack an, sein Ziel zu führen. Mit X kannst du die Karte aufrufen, um dein aktuelles Missions- und Reiseziel zu sehen. Alles klar. Es gibt wenig Zeit, bitte bereit zu gehen. Hier, das ist wo du registierst. Hier, das ist klar. Du kannst Missionen antreten, indem du einen Speicherpunkt aufsuchst und über das Hauptmenü Missionen auswählst. Bei Abschluss einer Mission erhältst du Belohnungen wie besondere Materie und Accessoires und schaltest wirklicherweise neue Missionen frei. Bei verfügbaren Missionen kannst du jederzeit beginnen. Sie bieten sich an, wenn du Stufenaufsteigen oder deine Fähigkeiten im Kampf verbessern möchtest. Wähle an einem Speicherpunkt Y aus, um direkt auf eine Mission zuzugreifen. Ja, das wollen wir. Die Limitleiste hat fünf Stufen. Je höher die Stufe, desto größer die Chance auf ein Limitpuls. Der Status der Limitleiste erinnert sich, wenn du etwa einen Limitrausch auslöst oder bestimmte Angriffe erleihlest. Die Stufen der Limitleiste, steller, orbital, hoch, normal, niedrig. Fertigkeiten wie Wirbelattacke werden effektiver, wenn sie nach dem Kommando Angriff eingesetzt werden. Je mehr aufeinanderfolgende Angriffe vor der Fertigkeit eingesetzt zu werden, desto stärker wird sie. Verhalte diese Info im Hinterkopf, wenn du Fertigkeiten benutzt. Verhalte diese있enden Verkaufzeiten zu machen. Verhalte diese Info. Oh ja! Wie gesagt, ihr könnt gerne eure Meinung über die Übernutzung der Sheets in den Kommentaren schreiben. Ich habe es euch ja erklärt. Haha, du bist der Mann! Ich kann nicht erwarten, wie du in Wu-Tai machst. Oh, ich habe fast vergessen, was dir zu erzählen. Lass mich über diese Supply-Pods erklären. In diesen Pods findest du Dinge, die du in der Kriege benutzen kannst. Komplimente der Firma. Also sind die Provisionen für Soldiersmitglieder. Sicher, dass sie nicht zu Verlust gehen. Check die Pods bevor jeder Mission. Ah, ich weiß, was da heute ist. Blunt Drive. Okay. All right. Looks like you're all ready to head out. Lastly, let me tell you about mail. Just now, I sent mail to your handset. You can also get messages from Director Lazard and news about the company via mail. You should check it regularly. Who knows? Maybe you'll even get mail from new friends you make. Yes. But don't just read mail that you get from girls, okay? Well, I guess that's everything. Looks like it's time for you to head out. You're with Angel, right? Good luck. Yeah. Thanks for all the help. Du kannst deine Ausrüstung unter Ausrüstung im Hauptmenü verwalten. Die Zuweisung von Kampfkommandos behängt davon ab, in welchem Slot du deine Materia platzierst. Überlege also sorgfältig, welche Zuteilung am besten für dich geeignet ist. Du kannst bis zu 5 Ausrüstungssets zusammenstellen. Im Hauptmenü kannst du unter Einkaufen jederzeit Gegenstelle kaufen. Läden werden verfügbar, nachdem du ihre Adresse als Missionsbelohnung oder auf anderem Weg erhalten hast. Wieder wollen wir mal beginnen. Wenn du dich mit Materie ausrüstest, kannst du verschiedene Zauber- und Fertigkeiten verwenden oder positive Effekte wie erhöhte TP erzielen. Einige Materia besitzen Parameterwerte, zum Beispiel Magie plus 3. Achte Stütze darauf, dich mit Materia auszurüsten, die die höchsten Werte besitzen. Einige Materia werden nach einem Stufenanstieg effektiver oder erhalten erhöhte Parameter. Die Stufe wird durch die Anzahl der Symbole angegeben. Bereitet ein Gegner dir Probleme, solltest du dir überlegen, ob es sinnvoll wäre, dich mit einer anderen Kombination an Materia auszurüsten. Die ungefähre Stärke an der Materia wird durch die unter dem Symbol platzierte Zahl 20 zum Beispiel angegeben. So. Achso, das ist Materia. Hier kommen wir den Baumstatt auf Ausrüsten. Dann gehen wir noch kurz auf die Mails. Haben wir ja noch eine neue gekriegt. Lutwunsch, deine erste Mail. Hi, Sack. Sack, Kunze hier. Da du jetzt also dein Mailaccount nutzen kannst, werde ich dich von nun an mit nützlichen Infos versorgen. Hab meine Ohren überall und werde meine Weisheit mit Detail nichts für ungut machen. So bin ich nun mal. Träumer, wie du kriegst doch eh nichts mit. Alles klar. Mitgas ist eine Stadt, die in 300 Metern Höhe über den Boden schwebt und mit Zügen oder über Schnellstraßen zu erreichen ist. Es gibt insgesamt acht Makroreaktoren, die die Stadt mit Energie versorgen. Die Reaktoren sind durchennummeriert, beginnend mit Ordnungsnummer 1 im Norden. Die Bauarbeiten gehen planmäßig voran. Nur das Schindlergebäude und Sektor 4 warten noch auf die Fertigstellung. Die Innenräume der Zentrale in Sektor 0 sind bereits fertig und auch die Außenarbeiten sollen in zwei Jahren abgeschlossen sein. In zwei Jahren. Mit dem Ende der restlichen Stadtbaumaßnahmen ist in sieben Jahren zu rechnen. Oh Gott. Reef, sie ist die Leiter der Abteilung für Stadtplanung. Gut. Alles klar. Damit hätten wir das. Du bist mit Angeil, oder? Gute Glück. Danke. Es gibt wenig Zeit. Bitte bereit, um zu gehen. Habe ich doch. Äh... Speichern. Auf jeden Fall. So. Es ist Zeit nach Wutai. Du bist bereit? Ja. Ich werde dich auch befreundet. Ich bin auf dich. Sir! By the way, was ist dein Traum? Zu werden zuerst? Ist es? Nein. Zu werden zu werden. Ah, gut. Tabletgebirge. Fucked. Fürst. Das ist direkt nach vorne. Fortschritte. Fortschritte ist direkt vor. Fortschritte. 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 Oh, ja. Fortschritte. 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 meinem Еще hervorragene Haltkampz65 Verwaltung 3 So Guys, Aus einigen Kämpfen, wie beispielsweise Bosskämpfen, kannst du nicht fliegen. Gut, das versteht sich auch vor Tjaanorl. Mal auch rennen. Aber der Rennl. id kann sein. Sterbt. Geht doch, Oh, yeah! So, Angeel, what's the deal with dumb apples? The official name is Benora White. The trees bear fruit at random times during the year. Because of that, the townspeople affectionately call them dumb apples. The local farms had plenty of them to spare. So. Lieber Soldatmitglieder, ich danke euch für eure täglichen Mühen. Sicher ist es euch nicht entgangen, dass viele eurer Kameraden Shinra den Rücken gekehrt haben. Einige Funktionäre innerhalb der Firma zweifeln aus diesem Grund bereits an der Einsatzfähigkeit von Soldat. Doch die gegenwärtige Situation bietet uns auch die Chance, unseren Wert als kleine Elite-Truppe unter Beweis zu stellen. Ich hoffe, wir können dem Krieg in Wutteil mit dieser Mission ein Ende bereiten. Gebt euch ab und gebt euer Bestes und zeigt der Firma, wie unentbehrlich Soldat ist. Aber natürlich. So, wir speichern das Ganze. Das ist die Festung. B-Unit will set off an Explosion. That's our cue. The Diversion will allow us to infiltrate. Right. I'll set the bomb inside the Fortress. You'll charge the front gate and... Uh-huh. And? And, and, and? Und? Indulge yourself. You got it. That's what I do best. Uh, come on, B-Unit. You know, I've never actually seen you use that. Don't you think it's sort of a waste? Use brings about wear, tear and rust. And that's a real waste. You're serious, aren't you? Yeah. I can be pretty cheap. Yeah, no kidding. Begin mission. Ich würde sagen, los geht's. Okay. Intensive Emotionen haben die DBW verstärkt. Im Laufe der Story lernt Sekt Charaktere kennen, die starke Gefühle in ihr wecken können. Dies hat einen Effekt auf die DBW. Eine intensive Emotion erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Balzenmiller des damit verbundenen Charakters in den Limitpuls-Zustand übergehen. Wir halten die Linie hier. Es ist nur ein Mann. Angriffsziel werden automatisch gewählt, doch du kannst ausgewählte Ziele auch manuell erfassen und frei zwischen Zielen wählen. LB und RS, LB und RS ist klar. Aufgeben. LB und RS, LB und RS, LB und RS, LB und RS, LB und RS. LB und RS, LB und RS, LB und RS, LB und RS, LB und RS. LB und RS, LB und RS, LB und RS. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Komm ich doch hoch, verdammt Geht doch Ja, piece of cake Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein Ja! Höch! Höch! Gente! Completion. Oh, ja! Are you in? Piece of cake. Could have done it blindfolded. Stay alert. I've heard the Wutai keep a monster around for anti-soldier purposes. It should be somewhere in the fort. So, if I can take it out, will I make first? Das betrifft auf die Qualität der Arbeit. Deine Haupttasche ist Diversität. Geh anwesend und faszinierst. Geh gut. Und du bekommst mit Direktor Lazard. Das wird ein Kacke-Walk. Schau einfach! Suche die Festung also gründlich nach ihnen ab. Dann wollen wir mal. Sehr schön. Magieattacken sind effektiv gegen Gegner mit elementaren Schwächen. Ein Elementsymbol. Nehmen den Namen des Gegners. Verrät dir seine elementare Schwäche. Wenn es zu Schwächen auskommt, kannst Gegnern deutlich mehr Schaden zufügen. Da ist er. Da ist er! Get him! Activating Combat Mode. Hite! 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 Oh yeah! Sehr schön. Zuse her doch! Activating Combat Mode. Hite! 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 Two-Monkey hydraulic drive! Oh yeah! ja komm schon ja komm schon oh ja 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 wer ist hier enthalten, ich bin alleine Ja. Ja. Oh yeah. Very. Get him. Aktivieren in Combat Mode. Don't you think it's about time you use that sword of yours? This sword is heavy and unwieldy. Then why don't you bring a lighter one? Later! Bring out the big guns! Prove your honor to me! I got it! Very, very nice! 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 Make our stand here! Ready! Aim! Fire! Give it up! More troops are en route! It's over! I'll try that move. S-Sergeant! He's charging! Stand strong and charge back! Cowards! Activating Combat Mode! Yeah, it's hard to find a good personal. Take that! Complete results! The end! Oh yeah! Long live! Will die! Activating Combat Mode! Activating Combat Mode! Activating Combat Mode! Good work, Zack. Enemy forces within the fort have been halved. You can proceed to the central area. Alles klar, vier Stück noch an der Zahl. So, wo seid ihr, Viecher? Da zum Beispiel. Das war eine Kiste, die wollen wir natürlich mitnehmen. Tolle Falle, super. Oh Gott, zwei Stück noch. Oh Gott. 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 Wo hab ich noch welche ausgelassen anscheinend? Nein, ich will doch nicht schon genug. Ein noch. Also eine Einheit noch. Und da sind sie. So, dann kommen wir zum Innenhof. Machen wir das auch. So, dann kommen wir zum Innenhof. So, dann kommen wir zum Innenhof. Die ist ja schön. Ich sterbe nicht aus. Ich sterbe nicht aus. Ich sterbe nicht aus. So, eine Kiste damit. Das Verhältnis bleibt angespannt. Wir sehen uns daher gezwungen, den Weg in wieder militärische Maßnahmen zu ergreifen, um endlich einen Durchbruch zu erzielen. Eine kleine Spezialeinheit wurde entsandt um das Ausmaß der Operation Minimalzeit. Ich muss mal kurz die Offen ausrüsten, ob da noch irgendwas... Oh, die Augen gehen noch mal rein. So. Ich spreche ihn hier ab. Wunderschön. 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 啃. Wunderschön. 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 Wunderschön, epidemisch. ...so, den herbosaurs. Dann könnten wir weiter machen. Dojo. Du musst die Anti-Soldier-Monsters sein. Aktivieren den Kombat-Mode. Somit die Leiste leerst. Gelegt es dir, die Leiste vor Ausführung der Fertigkeit vollständig zu leeren, kannst du die Gegner grenzlich an der Ausrührung hindern. Gelegt es dir. 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 Soldiers 2nd Class Zack. Vektoriusz wieder. Gelegt es dir. Gelegt es dir. Du hast nur 5 Minuten. Beleid. Oh, jetzt haben wir... Direktor Lazard. Du wirst du? Ha ha. Geht es dir. Noch einer? Doppelig auf die Faute. Gelegt es dir, könnte so nicht Number One! Nicht gut. Das ist ein weiteres. Du hast den Fokus verloren. Ja. Oh, sorry, wenn deine Schmerz hat einen Weart, oder Rast oder Rast. Du bist ein bisschen wichtiger als meine Schmerz. Aber ein bisschen. Danke. Ich bin hier. Ich muss entschuldigen. Ich bin hier. Ich bin hier. Du musst nicht persönlich kommen. Diese Operation bringen einen Ende der Krieg. Ich wollte es durchführen. Soldiers 2nd-Class Zeck. Sir! Du hast gut gemacht in Fort Tamblyn. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen. Ich bin ehrlich gesagt, meine Evaluation ist... Ich bin hier. 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 Zephyroth? The Hero? Wow, I'm gonna meet a Hero! Activating Combat Mode. Gah! Gah! Hi! Hi! Gah! 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 Better run for it! Concentrate. I'm feeling it! Zack, komm mal. Zack, take the Director to safety. Contact Sephiroth. Zack can handle it. Now go! Follow me, Director. Director Lazard. Thank goodness you're safe. Zack, I should be fine now. Assist N'Gil. Yeah, I'm on it. Okay. Oh! Oh! Angeo! Angeo! What? These guys aren't Mu-Tai troops. What the heck? A summon? Who called it out? Activating combat mode. I'm free. Whoa! You're in for it now! Here we go! Oh! Go, go, go! And we have a weapon. Go! 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 Was ist das? 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 So, ich würde sagen, das war es dann erstmal für den Moment. Ich hoffe, euch hat das Ganze soweit bis hierher gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, da wer nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr seht mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut, habt eine schöne Zeit, habt ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Ciao, servus und tschüss. Und ganz wichtig, schreibt doch mal eure Meinung zu dem Game. Schreibt überhaupt eure Meinung zu dem Ganzen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Dede Spieltas. Ciao, servus und tschüss.